Hallo und willkommen bei Hartverrat, hier die Technik-News der Kalenderwoche 4, 2018. Qualcomm wurde zu einer Milliarde Euro Strafe von der EU verdonnert. Grund dafür ist, Sonderrabatte für Apple, wenn sie nur Qualcomm-Modems verbauen. Apple hat ziemlich lange nur auf Qualcomm gesetzt, obwohl es ja auch noch andere Anbieter gibt. Intel und Mediatek zum Beispiel. Und gerade Intel wäre eigentlich ein ziemlich harter Konkurrent gewesen. Das Ganze ist rausgekommen quasi durch einen Streit zwischen Qualcomm und Apple. Laut Apple habe Qualcomm ihre Marktposition ausgenutzt, um ihre Preise nach oben zu treiben. Deswegen möchte Apple Geld zurückhaben und erst dadurch ist herausgekommen, dass dieser illegale Deal entstanden ist. Die Strafe soll hier laut der EU 4,9% des Umsatzes von Qualcomm im Jahr 2017 betragen. Das sind fast eine Milliarde Euro. Apple könnte aber weiterhin auf Qualcomm angewiesen sein, weil das das einzige Unternehmen ist, das 1-Gigabit-Modems anbietet. Fraglich ist aber, ob man 1-Gigabit-Modems wirklich verbauen muss, weil 1-Gigabit-Empfang kann man so gut wie gar nicht. Intel dagegen bietet maximal 600 Mbit. Und das ist für die heutige Zeit eigentlich mehr als genug. Eine Studie des Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb hat ergeben, dass Deutsche weiterhin Filme, Musik und Serien gerne aus illegalen Quellen beziehen. Mehr als die Hälfte gab an, überhaupt nichts zu zahlen, ein Viertel gab an, für alles zu zahlen und der Rest zahlt teilweise. Interessant ist hier, dass es nur sehr wenig teilweise Zahler gibt. Ich habe gedacht, es nutzen viel mehr Leute Musik-Streaming. Denn gerade bei Musik-Streaming klappt es eigentlich sehr gut. Von fast jedem Musik-Streamer gibt es ziemlich deckend fast alle beliebte Musik auf jeden Fall. Wer also nicht hauptsächlich Nischenkünstler hört, ist mit Musik-Streaming eigentlich sehr gut bedient. Und die Kosten dafür sind eigentlich relativ gering. Wenn man bei Spotify jährliches Zahlen macht, zahlt man etwas mehr als 8 Euro im Monat für eine Einzelperson. Das ist wirklich sehr, sehr wenig Geld für die gebotene Leistung, die man da bekommt. Weil man bezahlt eigentlich im Monat so viel wie für ein einziges Album und hat dafür eine mega Musik-Datenbank. Und auch der Service von solchen Plattformen ist eigentlich sehr exzellent. Man kann ziemlich schnell die Musik downloaden, die man haben möchte. Also es ist natürlich nicht, damit man es anderen schicken kann, aber damit man zumindest keine Internetverbindung braucht. Bei Film und Serien, vor allem bei Serien, verstehe ich es mehr. Denn wer hier die volle Auswahl haben möchte, muss sehr viele Anbieter abonnieren. Obwohl Netflix sehr viel anbietet, bietet es nicht alles an, was halt wirklich schade ist. Wer also eine exzellente Abdeckung haben möchte, muss sehr tief in die Tasche greifen, wenn man einige Anbieter abonnieren muss. Und bei Film ist halt die Auswahl wirklich miserabel. Die meiste muss man bezahlen oder man kann sie eben illegal streamen. Gerade in der Film- und Serienindustrie muss sich noch einiges ändern, damit die Leute bereit sind zum Zahlen. Aber wie gesagt, beim Thema Musik klappt es aus meiner Sicht fast perfekt. Und deswegen wundert es mich, wieso nicht mehr Leute dafür eigentlich zahlen. Vor allem, weil der Betrag dafür wirklich sehr, sehr gering ist. Aber es gibt halt immer noch genug Fälle, wo Leute ein 800-Euro-Smartphone besitzen, aber nicht einsehen wollen, für Apps oder so Musik oder so zu zahlen. Mit in der Studie waren übrigens auch vertreten Computersoftware, E-Books und Videospiele. Der ehemalige GPU-Chef von AMD, Raya Koduri, ist ja zu Intel gewechselt und deswegen hat AMD zwei neue Spezialisten angeheuert. David Wang, ein ehemaliger ATI-Mitarbeiter und Mike Wayfield, Nvidias ehemaliger Tegra-Chef. David Wang ist für die Architekturen zuständig, die technische Strategie und generell Hardware und Software der GPUs und Wayfield für die generelle Ausrichtung der Grafiksparte. Hoffentlich ist das positiv für AMD, damit die zukünftigen GPU-Architekturen auch wirklich gut sind. Facebook Gaming soll Livestreaming bieten, ähnlich wie Twitch. Auch Facebook möchte in diesem großen Markt des Livestreamings für Gaming mitmischen. Positiv ist hier, dass Facebook natürlich eine gigantische Menge an Nutzer hat. Negativ, dass nur ein Bruchteil davon Gaming interessiert ist. Und viele der Gaming-Interessierten bzw. Gaming-Livestream-Interessierten sind ja sowieso auf Twitch oder YouTube Gaming unterwegs. Wird natürlich schwierig, hier für Facebook Fuß zu fassen, allerdings möchten sie das Ganze mit Instagram und der Oculus-Plattform unterstützen. Aber auch hier soll es für die Livestreamer natürlich Geld geben, wie bei jeder anderen Plattform auch. Die Samsung 860 Evo und Pro wurden getestet und der Test hat eins gezeigt. Im SATA-SSD-Markt wird sich geschwindigkeitstechnisch kaum noch was tun. Wer sich also jetzt eine der besten SATA-SSDs kauft, wird auch noch ziemlich lange eine der besten SATA-SSDs haben. Schnellere SSDs brauchen also zwangsläufig eine PCI-Express-Anbindung. Die Frage ist, ab wann sich noch schnellere SSDs als es SATA-SSDs wirklich lohnen bzw. ab wann man wirklich einen Geschwindigkeitsunterschied merkt. Wird wahrscheinlich erst der Fall sein, wenn die Datenmengen noch viel größer werden. TSMC hat bekannt gegeben, dass sie mittlerweile mehr Wafer für Mining-Hardware produzieren als für Nvidia. Gemeint ist hier vor allem Bitmain. Dieses Unternehmen produziert Miner für Bitcoin. Ja, Bitcoin wird in der Regel nicht mit der CPU oder GPU gemeint, sondern mit speziellen Minern. Das ist am attraktivsten. Und TSMC produziert mittlerweile mehr Wafer mit Mining-SX drauf, als mit Nvidia-GPUs. Und das ist wirklich verdammt krass. Das war's dann aber auch mit den Technios für diese Woche. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, gebt dem Video einen Daumen hoch. Wenn ihr wollt, lasst ein Abo da. Dann bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.